Ich begrüsse Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im September 2018. Wir treffen uns heute in der 1934 gegründeten und erst kürzlich neu eröffneten Filiale in Flaville. Flaville ist die erste Niederlassung der St. Galler Kantonalbank, die nach dem Zweizonenkonzept umgebaut wurde. Mehr Platz für persönliche Beratung und eine erweiterte Selbstbedienung mit Bankomaten ergänzen sich im neu gestalteten Raum. Meine Gäste sind heute Thomas Stucki, Chief Investment Officer und Jan Wittmer, Fondsmanager Aktien, St. Galler Kantonalbank. Thomas Stucki, hier in Flaville sehen wir, wo der Trend im Bankgeschäft hingeht. Mehr persönliche Beratung in einem für den Kundenkontakt optimal gestalteten Raum. Wie gefällt Ihnen das neue Filialkonzept? Mir gefällt die Filiale sehr gut. Sie ist sehr hell gebaut, sie ist auch offen gebaut und transparent. Die Beratung wird ja immer wichtiger. Der Kunde muss sich in einer Bankfiliale wohlfühlen. Zehn Jahre ist der Lehrenkollaps her, der als Symbol für die Finanzkrise gilt. Würden Sie sagen, die Finanzkrise ist ausgestanden? Nur zum Teil. Die Weltwirtschaft läuft wieder gut. Also wirtschaftlich gesehen ist die Finanzkrise überwunden. Die Zinsen sind aber nach wie vor tief, zum Teil sogar negativ. Das viele Geld, das die Zentralbanken nach der Finanzkrise ins System gepumpt haben, ist immer noch drin. Und in Europa ist auch das Bankenproblem noch nicht gelöst worden. Jan Wittmer, aber wenn wir die Indexstände der Aktienmärkte heranziehen, die sowohl in Europa als auch in den USA nahe den Höchstständen notieren, dann ist die Krise sicher ausgestanden. Wie sehen Sie das? Es ist so, es gibt zwei Faktoren, die die Kurse nach oben getrieben haben. Erstens mal natürlich die Unternehmensgewinne, das ist die Basis. Die sind stark angestiegen, befinden sich aktuell auf Rekordniveau. Das heisst, das ist das Fundament. Aber natürlich auch der zweite Grund, die Bewertungsveränderungen. Die Bewertungen sind weiter angestiegen, weil die Aussichten positiv sind. Das sieht man zum Beispiel in den USA im Technologiesektor. Die Schweizer Grossbanken haben der Finanzkrise mit am meisten gelitten und sie haben sich seit der Finanzkrise auch kaum erholt. Ganz anders in den USA, wo die Aktien der grossen Banken um etwa 80% zugelegt haben. Woher kommen diese Unterschiede? Es ist so, dass die Schweizer Banken im Zuge der Finanzkrise ihre Kapitalbasis gestärkt haben. Das ist oft mittels Kapitalerhöhung auf der Aktienseite passiert. Das hat den Gewinn weiter verbessert. Aber auch externe Faktoren wie der Schweizer Nationalbankentscheid mit der Einführung der Negativzinsen oder auch der stärkere Schweizer Franken haben die Gewinnentwicklung weiter eingebremst. Thomas Stucki, die Weltwirtschaft wächst robust, sicher die US-Wirtschaft wächst robust. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand. Auch in Europa entwickelt sich die Wirtschaft gut. Also alles im grünen Bereich? Im Moment ja. Im Moment ist wirklich, wie Sie sagen, alles im grünen Bereich. Das dürfte auch noch die nächsten paar Monate anhalten. Es gibt aber schon Zeichen oder Wolken am Horizont, die langsam auftauchen. Ich denke da an die Brexit-Geschichte. Im März 2019 wird Grossbietern in die EU verlassen. Das kommt rasch näher. Probleme sind nicht gelöst, aber vor allem durch die Zinsen in den USA, die doch seit einem Jahr jetzt regelmässig steigen, im nächsten Jahr weiter steigen werden und mit der Zeit die US-Wirtschaft und damit auch die Weltwirtschaft natürlich dann bremsen werden. Sie haben die Zinssituation angesprochen. In den USA normalisiert sich die Zinssituation zusehends. In Europa schwanken die Zinsen nach wie vor um Null oder sogar darunter. Wie lange kann es dauern, bis sich auch in Europa und in der Schweiz die Zinssituation normalisiert? Ja, das dauert noch etwas. Der EZB-Präsident Draghi ist ja klar in seinen Aussagen. Über den Sommer 2019, erst in einem Jahr, passiert nichts. Das heisst, wir gehen davon aus, dass in Europa erst im September 2019 die Zinsen hochgehen. Das heisst für die Nationalbank auch, sie muss warten bis im September 2019. Denn sie kann die Zinsen nicht vorher erhöhen, um nicht zu riskieren, dass der Franken zu stark wird. Jan Wittmer, seit Jahren entwickeln sich die mittelkapitalisierten Werte in der Schweiz besser als der Gesamtmarkt. Das heisst, das bleibt auch so in den nächsten Monaten oder Jahren? Also die mittelkapitalisierten Unternehmen, die profitieren von ihrer starken Position oft in Nischenmärkten, die attraktive Wachstumsaussichten haben. Deshalb sind auch die Aussichten weiterhin intakt. Die Weltwirtschaft läuft, die Unternehmensgewinne entwickeln sich in die richtige Richtung. Einzig die Bewertungen sind relativ hoch. Deshalb empfehle ich, selektiert in diesen Bereich zu investieren. Und was sind Ihre Favoriten? Also mir persönlich gefallen die Aktien von Linton Sprüngli. Der Schokoladenkonsum und Richtung Premium-Schokolade, der Trend wird weiterhin anhalten. Und sie profitieren von einem starken Markt auch wieder in den USA. Emschemie als Automobilzulieferer profitiert von den regulatorischen Anforderungen. Deshalb bin ich für diese zwei Aktien langfristig sehr positiv gestimmt. Viele kleinkapitalisierte Werte haben seit Jahresbeginn 20% und mehr verloren. Sind Sie da gewisse Einstiegschancen? Also die kleinkapitalisierten Unternehmen haben natürlich auch höhere Risiken als die mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen. Hier sicherlich, wie Thomas Stucki auch schon erwähnt hat, die steigenden Unsicherheiten, die in der Zukunft auf uns zukommen werden. Das wird natürlich neben der Handelsliquidität, die teilweise eingeschränkt ist, ein nicht unwesentlicher Risikofaktor darstellen. Deshalb bin ich hier etwas vorsichtig gestimmt. Thomas Stucki, die Wechselkurse schwanken in der letzten Zeit wieder stärker. So hat etwa der Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs innerhalb der letzten zwölf Monate von 1,10 auf 1,20 zugelegt, um dann in den letzten Wochen wieder auf 1,12 zu sinken. Was ist hier der richtige Wert? Was sollen wir hier erwarten? Die letzten Wochen haben gezeigt, der Franken wird immer stärker, wenn in Europa irgendetwas passiert. Und wir haben noch das ein oder andere Problem in der Eurozone oder in der EU generell. Ich denke dann den Brexit, den ich erwähnt habe, aber auch die Schuldensituation mit der neuen italienischen Regierung ist ungelöst. Das heisst, der Franken wird in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder so kleine Aufwertungsschübe erleben. Ende Jahr sehe ich den Euro-Franken-Kurs bei 1,10. Jan Wittmer, was bedeutet diese Wechselkursprognose für den Schweizer Aktienmarkt? Ein Wechselkurs von 1,10 ist für die Schweizer Unternehmen verkraftbar und sie können trotzdem die Unternehmensentwicklung sehr gut planen. Ich erwarte hier keinen grossen Einfluss vom Schweizer Franken-Wechselkursrückgang auf 1,10, auch auf die Unternehmensgewinne. Deshalb bin ich hier relativ zurückhaltend und glaube nicht, dass es grosse Auswirkungen hat. Wieso hat das keine Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne? Also die Schweizer Unternehmen haben immer mehr die Produktion ins Ausland verlagert. Das hat natürlich die Abhängigkeit vom Schweizer Franken-Wechselkurs gemindert. Deshalb sehe ich das hier nicht als grosse Herausforderung, wenn der Wechselkurs sich negativ entwickelt. Thomas Stucki, Jan Wittmer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Sehr gerne. Musik Untertitelung des ZDF, 2020